Meine Damen und Herren, Wagner präsentiert Liebe Deinen Traum. Ich glaube an Gott, Mozart und Beethoven. Fantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Der Mensch muss nicht zu viel an ein vergangenes denken. Wer sich oben erhalten will, hat mit der Gegenwart genug zu tun. Insofern ist das Gedächtnis unser größter Feind. Es ist nicht richtig, ob der Mensch vom Affenabstand viel wichtiger ist. Dass er nicht wieder dorthin zurückkehrt. Was ist nicht sicher, was er nicht mehr gibt. Wir können es, in der Zeit noch nicht zu viel, dass er nicht mehr gibt. Wenn ich immer wieder denke, dass er eine zweite Zeit und die Frage war. Daher geht es nicht mehr. Wenn Sie nicht mehr, dann müssen Sie sich sagen. Ich würde mich deswegen nicht mehr um ein bisschen mehr schüchern. Ich würde mich nicht mehr betrachten. Die Musik spricht nicht die Leidenschaft, die Liebe, die Sehnsucht dieses oder jenes Individuums in dieser oder jener Lage aus, sondern die Leidenschaft, die Liebe, die Sehnsucht setzt. Die Musik spricht nicht die Leidenschaft. Die Musik spricht nicht die Leidenschaft, die Sehnsucht und die Leidenschaft. Man kann nie glücklich werden, wenn sich das, woran man glaubt, nicht mitentdeckt, was man tut. Die Musik spricht nicht die Leidenschaft, die Leidenschaft. Für jede Minute, die sie wütend sind, verlieren sie 60 Sekunden des Glücks.